Hi Leute, herzlich willkommen zu Dead Reel mit einer neuen Runde mit dem Dalu Card. Yo, yo. Chico. Yo, yo. Crancy Dancy. Yo, yo, dad. McFly. Yo, yo. Tau, tau. Yo, yo. Liquiduct. Quack, quack. Und it's Wax. Hallo Leute. Oh, dreimal durfte raten, was Monster ist. Und McManus, der erste Geist, der überhaupt mal verloren hat. Ja, ja. Deswegen bin ich wieder Geist. Wer ist da unten gerade an diesem Elektrofeld? Ich. Renn weg, da ist der Geist drin. Das ist der Spawn vom Geist, da darfst du dich nicht davor stellen. Doch. Also darfst du schon, aber... Doch, blockiere den Spawn. Äh, weißt du wie groß das die Scheiße ist? Oh, ich hab die Uhr gef... Nicht, doch nicht. Oh, oh. Oh Gott. Oh, wir haben ein Baby. Ich hab ne Uhr. Den müsste der Uhr fallen. Der da mir auch zu geht nicht. Hallo Wax. Oh, das hat... Oh, okay. Ich will da nicht runter gehen. Na, dann denkt der mir vielleicht der Geist, dass ich nach oben gehe und dann geht er nach... Äh, und so? Der geht nur nach unten, der scheiß Barstuhl. Der steht aber ab. Verdammt, ich höre die Schritte. Oh, oh. Alter. Ohohohohoho. Warum ist das so creepy, durch irgendeine Scheiß-Tür durchzugehen? Hallo Botster. Weil Grands dahinter stehen. Ja, eben. Das hast du mir gerade auch gedacht. Oh, ich dachte schon. Warte, wir gehen jetzt... Ich höre das Baby tapsen. Hallo. Wir klettern jetzt hier hoch. Das ist in der Richtung nicht. Das meiste kein gutes Zeichen. Oha. Wer startet denn? Ich seh ne Uhr, ich seh ne Uhr. Vermut dich mal. Die haben schon wieder vier Uhr. Ne, das geht ja gar nicht. Hi Vax. Ja, ja. Das ist doch nur aus deinem Streich, oder? Heise. Ich hab ne Uhr. Warte, hier guck mal. Hier unten mit direkt in der Uhr. Guck mal, direkt hier unten ist der Uhr. Oh. Wo? Hier, wenn wir hier runtergehen. Er ist bei mir in der Nähe, Leute. Bei mir. Oh, was heißt denn bei dir? Ich bin in der Mitte. Bei Botster. Botster, er kommt. Botster ist oben. Botster. Was denn? Oh mein Gott. Er ist an mir vorbeigesprungen. Ja, das war... Leute. Ah. Man hat sogar Sicherheitskameras. Ja, ja. Mit Y oder Z. Ich hab's den Baby verfolgt. Nein. Er ist bei Maxi. Lauf. Er ist unten. Er ist unten. In der Küche. In der Art Küche. Ich hab noch eine Uhr mit. Verpisst euch da. Oh, das ist eine Uhr. Ich hab eine Uhr. Ja, ich hab auch eine Uhr. Ich hab auch eine Uhr. Ich hab eine Uhr. Oh, wie soll man die denn kriegen? Der Hype is real. Oh, das ist total. Wo ist es? Wo ist es? Oben. Ich werde es nicht. Ich werde es nicht überleben. Was ist dieses rote Ding da? Pass auf. Leg mir ein Rennen. Das ist der Geil. Oh, ich hab der Eppisch. Sein Zecken hier. Zurück Leute. Oh Gott. Lauf. Er ist hinter dir. Ich bin der Eppisch. Wax. Wax. Ey, wie hat er die Uhren so schnell gefunden, ey, das war krank, ey. Ich bin mir das gar nicht aufgefallen, ja. Ey, so schnell vor allem, Wahnsinn. Alter. Richtig guter Geist. Unfähig, das man. Was ist der Unterschied zwischen Baby und Wolf? Nix, nix. Aussehen. Nur die Animationen, die Geräusche. Ja, genau. Der Jumpscare. Ja. Das heißt, die können aber auch einfach nur rennen, laufen, springen und halt ein bisschen großbehen aufstellen, ne? Ja, genau. Manus ist es schon wieder, oder? Nein, 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 nein. Ich kann nicht auf das Rohr drauf springen, schön zu wissen. Duck, Duck ist. Hätte auf das Rohr drauf springen können. Ducky Duck. Oh ja, Freunde. Ducky Ducky. Okay. Oh ja, Freunde. Ich hab ne Uhr. Da ist ja ne Küche in der Mitte, er gänzt davon. Er versucht, irgendwo rüber zu hüpfen, aber er schafft es einfach nicht. Oh, jetzt ist er der zweiten. Meinst du? Oh, jetzt ist er der zweiten Stock. Meinst du? Er ist doch da hoch gekommen. Hat ein paar Anläufe gebraucht, aber. Hi, Potsda. Hey, lauf weg. Ne, ne, aber auf der anderen Seite. Ptsch. 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 Oh, ich kann auf Sicherheitskammer zu können. Das ist cool. Er kommt, McFly. Was heißt denn, er kommt? Er weiß, wo wir sind, er hat es gesehen. Ja, das ist ja keine Aussage. Ja, das ist ja keine Aussage. Hören sagen. Er ist bei mir. Lauft, er ist in der Mitte der Küche. Achso, des Schlachthofs. Oh, ich habe nur gefunden, jawohl. Er ist hinter mir. No, dann verschluckt habe ich dich. Ich block dich jetzt, hallo. Hey, nicht das Band aktivieren, du Schlingel. Los, wegs. Wir sneaken uns hier und zusammen. Hi. Oh, der Tauter. Da ist eine Küche. Achso. Du Pisser. Doch, ey. Das war jetzt keine Absicht. Ja, ja. Die Küche ist echt creepy, ey. Er war in der Küche. Bis vor kurzem noch. Wer weiß, wo ich jetzt bin. Ich sehe dich. Ich weiß es. Ja, das interessiert er aber nicht. Ich könnte ja verraten, dass sogar die Treppe... Oh Gott. Oh Gott. Mach doch sowas nicht mit mir, ey. Oh, Moment, da ist der Geist. Ist der oben? Oh Gott. Oh Gott. Was ist jetzt passiert? Nicht in die Küche springen, da ist eine Benchyfalle. Oh Gott. Nicht in die Küche, da ist eine Benchyfalle. Was ist eine Benchyfalle? Ey, du da oben. Lauf. Lauf. Der, der da gerade unterm Tisch kriegt, lauf einfach. Nee, nee. Ist okay. Da hast du auch auf mich warten. Lauf, 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 lauf. Ich war krass dran. Bin ich das? Wie auch immer da oben ist. Lauf. Nein, den... Der eine Typ, der den Mord beobachtet hat, geh nach links. Okay. Nein. Oh Gott. Nein, das ist rechts. Du gehst rechts. Du musst links rechts spielen. Ich hab doch noch... Er ist hinter dir! Da unten links ist eine Uhr. Wieso braucht ihr einen? Now, Freunde, now, wind up an der Uhr. Ich hab das Gefühl, dass wenn ich Geist bin, die Uhren alle auf einem Fleck liegen. Ja, ja. Ja, ja. Die hat immer noch keiner geholt. Oh, das find ich aber sehr freundlich. Es gibt mehr als 10, aber Liquid. Was liegt da auf dem Tisch? Ja, ist doch mehr egal. Und ich meine, weil dann kannst du nicht campen halt. Ja, ich weiß. Das find ich aber gut gemacht. Kann ich den nicht irgendwie aufschnüffeln oder so irgendwas? Nein. Aufschnüffeln? Okay. Wow. Der hätte sein können. Der hätte sein können. Los, Leute, blockiert ihn. Ich seh ihn. Das ist mein Problem. Wo ist er denn gerade? Ben! Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Oh, bist du bescheuert, ey. Wer sich da erschrocken hat, das bin ich? Komm! Was heißt komm? Du wolltest doch da durch, oder nicht? Ja, aber da bin ich hier. Oh Gott. Ich mach wieder zu. Komm rein. Das war natürlich jetzt ideal. Das war eine Benchspanne. Ah, na super. McFly, hast du Angst? Nein. Nicht? Nein. Du auch immer, wer gerade vor mir war. Lauf einfach! Du griffst mich nicht! Du griffst mich nicht! Ja, wär ich mir nicht so sicher. Ja. Oh Gott. Er lebt doch. Chigo. Nur noch Chigo. Ja. Nur noch Chigo? Ja. Das ist aber noch möglich. Drei Uhren, Chigo. Hol sie dir. Mach ich dir so einfach? Wir blocken. Wann bei Chigo noch nicht gesehen? Ja, ja, ja. Tür zu, Junge. Wo drammelt er rum? Direkt vor Chigo eigentlich. Lauf Chigo, er ist genau vor dir! Nein! Nein! Ich schließe die Tür hinter dir! Lauf! Lauf! Hier im Pedder! Lauf Chigo! Wir machen die Tür wieder zu, Leute, los! Oh Gott! Oh Gott, was tut ihr? Oh mein... Lauf! Lauf! Er ist hinter dir! Oh Gott, er ist oben drauf! Nein! Lauf! Lauf Chigo! Zahnziger! 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 Ab und wo oben drauf, da ist echt... Schade! Komm, dann machen wir aber noch eine hier. Macht alle ready direkt! 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 Mein Mann ist immer so schnell, wenn Manos Monster ist. Ja, komisch auch, wie ihr die Uhren überhaupt nicht findet bei den anderen. Also... Go, go, go! Wegs fehlt noch! Hey, ich hab doch schon! Bei mir nicht! Da steht... Jetzt! Ah, sehr cool! Monster macht auch Spaß! Das ist eine lange Leitung, ey! Aha! Aha! Ich will auch mal wieder Monster sein! Ich bin jetzt so ein gutes Baby, Mann! Da! Oh mein Gott! Weg da! Ey, mein Tisch! Hotstar! Hallo! Grüß dich! Hä? Mein Gott! Meine Anti-Wir-Ding ploppt auf und ich krieg ein halb mehr Herzinfarkt! Ey! Ich hab Takt! Tautor, renn lieber nicht so! Der kommt gleich! Ah, jo! Scheiße! Gibt man eigentlich das Monster das normale Gen auch, oder? Nee, nee! Nur... Das normale Gen auch! Wir spawnen die Uhren eigentlich erst in der Vorbereitung, Mannos! Hallo! Tschüss, Mannos! Hallo! Dalu! Also, ich nicht, nein! Dalu ist Ghost! Hä? Ah! Er wird geweint und fiese Sachen machen! Ja, ich hab ne Uhr! Das ist echt! Ich seh ihn! Ähhhhh! Da ist noch keiner! Bisschen immer noch? Ja, nee! Du auch? Der hat mich nicht gesehen! Bisschen schon, ist ne Tür aufgegangen! Er ist immer noch zweite Ebene! Grad durch, ne Tür durch! Ich seh nur ne Uhr, aber da will ich jetzt nicht hin! Hallo! Ey, ich bin nicht drin! Lass mich mit rein! Lol, der ist jetzt direkt... Wer auch immer da jetzt grad unten durch ne Tür gegangen ist, oben drüber ist Dalu! Oh! Eine Ebene oben drüber! Ja, sag das doch noch! Dann gehen wir mal ne Ebene weiter runter! Die Uhr nehmen wir noch mit, Mannos! Schnell! Die Uhr, die da oben liegt! Wo, wo, wo? Jetzt ist Dalu runter gesprungen, ist jetzt an der Küche, in der Küche, in der Küche! Dalu ist bei uns! Ah! Jeder für sich! Hä? Ich hab nen roten Punkt ganz... Was, 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 was? Er ist bei uns! Tautau, nicht in die Richtung! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Tautau, du gehst in die Falsche! Wir hatten so viel Angst vor so ner Band. Wo ist der Schengi hier? Fuck! Ah! Ah! Oh nein! 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 Tautau, lau! Hier war doch noch jemand! Wow! Du hast doch noch einen gesehen! Ja, ja! Der ist richtig weit hier oben hochgegangen! Wisst euch Leuten! Fingst, ich probier's denn eh! Wo ist der? Nein! Du bist nicht bei mir! Oh, Shigo! Nein! Du solltest schneller auf... Oh doch, Tico kommt! Tico kommt! Er kommt dann hoch! Er hat dich! Er hat dich! Ach, ach nee! Danke für den Hinweis! Das ist grad passiert! Ich dachte schon, was war das jetzt plötzlich für ein komischer Hund in meinem Gesicht! Ich dachte, ha! Mein Gott! Ich dachte, das muss doch! Der vom Nachbarn, mein Gott! Passiert! Der ist aber groß geworden, der Hund vom Nachbarn! Ja, genau! Ha! Kleine Erinnerung gehabt! Und mit weniger spitzen Zähnen! Und mit weniger spitzen Zähnen! Und da spiel ich dir denn Spider-Man, ey! Es ist Mirror's Edge hier! Problem ist, da du weißt, wo ich bin, aber... Die sind auch recht praktisch gestapelt hier, die Tische! Oh, ich hab ne Uhr! Oh, ja! Ja! Ja, aber ich musste noch eine Uhr einsammeln! Eine Uhr einsammeln? Äh... Im Schlachtkreis ist eine Uhr versteckt! Ey! Der ganze oben ist schon cool, ne? Ja! Im Schlachtkreis ist aber auch eine Banshee versteckt! Drei Uhren hab ich gesammelt! Und springen jetzt mal wieder hoch! Ich nehme da eine Kiste hin! Also hier sind teilweise halbe Romä... Romane an der Wand! Romänen? Da hängen... Da hängen halbe Romänen an der Wand! Das war schon ein bisschen krass! Oh, ey, ey! Da hinten... Schleich doch eine! Tautau! Nein! Tautau! Tautau! Tautau ist nicht mehr lange hier! Das wär nix! Hi Dalu! Mann, warum seh ich nicht noch ne Uhr von hier oben? Im jeden Fall! Scheiße! Ist ne Sackkasse! Oh, fuck! Die Batterie leer! Gucken! Ah! Na, ich hab dich grad hochgekommen! Sieh ich auch weh! Oh Gott! Ne, die Batterie war nicht leer! Ich hab nur das erste Mal dieses Geistradar angezeigt! Nein! Oh! Dane! 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 Alter! 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 Zwei! Der Zweig sitzt! Oh! What?! Er ist da direkt daneben! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Oh Gott! Er hat er weggesmacked! Ich hab versucht die weg zu blocken Ja ok Leute, danke fürs Zuschauen Auf jeden Fall schaut in die Videobeschreibung Dort stehen die anderen alle drin Und bis dahin, tschüss Mach's gut und tschüss